Hallo Leute, hier ist wieder Sebastian bei KidsTube, der Kanal von Kinder für Kinder. Mann Leute, heute, vielleicht seht ihr es ja, und vielleicht habt ihr es auch im Titel gelesen, wir sind jetzt im Tropical Island. Yeah! Und wir baden jetzt und viel Spaß beim Zugucken. Shop ist unten in der Beschreibung, guckt auf jeden Fall rein und dann bis gleich. Musik Und die neue Attraktion, die schwimme ich auch als erstes und da nehme ich euch mit. Und vielleicht wart ihr ja schon im Tropical Island. Wir waren jetzt zum dritten Mal im Tropical Island. Und vielleicht guckt noch mal die letzten, also letztes Jahr das Tropical Islands Video an. Also die sind unten in der Beschreibung. Und jetzt nehme ich euch mit zu neuen Attraktionen. Wir gehen jetzt zu neuen Attraktionen. Schaut euch mal an, wie groß die ist. Riesig, Alter. Und die Rutschen sind auch geil. Und die hohe da, die rutschen wir, glaube ich, jetzt. Daumen hoch auf jeden Fall. Und ja, kommt auf jeden Fall mit, wir gehen da jetzt hin. Musik 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 Ja, der darf ich gar nicht. Musik 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 Der Film ist schon eine Spartner Night Off. Oh, no, 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 no. Oh, no. Good. Ah, mein Mann! Kannst du sagen intentions, bitte? Wie geil war denn die bitte? Hanfacht denn endlich was? Jetzt gehen wir in den Amazonia-Tempel! Und da gibt es so eine Wildwasserbahn, die ist ganz geil. Die habt ihr vielleicht auch letztes Jahr gesehen. Wie immer unten in der Beschreibung. Habe ich glaube ich jetzt tausendmal gesagt. Und ja, wir gehen jetzt zur Wildwasserbahn. Ich kann nicht in die Sonne gucken. So Leute, wir entspannen uns. Wir schwimmen nämlich gar nicht. Wir treiben nämlich. Oh, la 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 la! Die Tanne! Die Tanne! Sieht da nicht! Der 1 ist fertig. Der 1 ist fertig. Warte, ich versuche das. Ah, Seite! Ja! Jo Leute, wir sind jetzt hier im Außenbad und werden gleich die Wildwasserbahn nachts rutschen. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. In meinen letzten Videos in Bobbiter Island vor einem Jahr. Und ihr seht, hier ist überall Nebel. Deswegen, wenn ihr es an Halloween guckt, super passend. Der 1 muss den anderen auf. Sweepie! Um links! Ja! 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 Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und dann sage ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Kein Dislike. Abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf TikTok, Instagram und Facebook. Und dann sage ich mal, Tschüssi Leute! Und noch eine wichtige Mitteilung. Guckt auf meinen Shop vorbei. Und jetzt, Tschüssi Leute! Sch rein! Ja! 眼 rein! Ja! Da ACTION!